Was mache ich mit Coins, die bei mir nur rumliegen? Gebe ich die in Staking? Welche Kryptobörse ist aktuell noch zuverlässig? Und was hat es mit KI-Kryptoprojekten auf sich? Hype oder langfristig ein gutes Investment? Diese und weitere Fragen klären wir heute im Q&A. Also, let's go! Die erste Frage vorneweg, ist Kraken noch zuverlässig? Die Frage nach einer sicheren und seriösen Börse ist durch das letzte Jahr nochmal besonders in den Vordergrund gerückt. Auch wenn viele Kryptounternehmen im letzten Jahr pleite gingen, ihren Betrieb einstellen mussten, Leute entlassen mussten, Investoren ihre Einlagen verloren haben, gibt es weiterhin richtig gute, seriöse Anlaufstellen. Kraken oder Kraken ist in unseren Augen, also auch in meinen Augen, eine davon. Welche Börse für dich schlussendlich die beste ist, hängt aber von deiner eigenen Präferenz ab. Das heißt, mach dich auf jeden Fall schlau über die Gebührenstrukturen und bringe auch in Erfahrung, welche Funktion dir die jeweilige Börse bieten kann. Frage Nummer zwei, ich habe noch ein paar LTC rumliegen. Lieber eine Börse suchen zum Staking. Grundsätzlich ist es erstmal ein schlechtes Zeichen, wenn man sich Gedanken um eine Strategie macht und der Coin aber bereits in deinem Portfolio liegt. Warum du eine Position eröffnest, was du damit machst und wann du sie wieder schließt, sollte eigentlich vor der ersten Investition feststehen. Im konkreten Fall bezüglich Litecoin solltest du dich erstmal fragen, warum hast du Litecoin in dein Depot geholt? Das wäre so die erste Frage, die ich mir stellen würde. Würde ich das wieder in mein Portfolio holen? Oder gibt es vielleicht auch andere Projekte, denen ich mehr Kurspotenzial zutraue? Das wäre so die Frage, die ich mir stellen würde. Häufig macht es Sinn, sich von den Altlasten zu trennen und sein Kapital einfach neu auszurichten. Meine Meinung zu Cryptobots, gleich vorneweg, mit Cryptobots oder Tradingbots machst du dich erstmal abhängig von anderen Leuten. Auf lange Sicht lohnt es sich mehr, in die eigenen Fähigkeiten zu investieren und selbstständig Strategien zu entwickeln. Mal im Ernst, wer will sich denn abhängig machen von irgendwas? Zudem sind die wenigsten Bots, die es da draußen tatsächlich gibt, auch tatsächlich profitabel. Also die meisten davon sind eben nicht profitabel. Gerade die, die für die breite Masse, für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind. Meist landest du bei irgendeinem dubiosen Anbieter, der dir dann lediglich ein Monatsabo verkaufen möchte und darüber, wo sich dann trägt, ist dann das Monatsabo, nicht der Bot selbst. Bots sind mächtige Tools, solange du dahinter eine funktionierende und geprüfte Strategie hast. Das heißt, wenn du deinen eigenen Bot schreiben kannst, weil du schon profitabel bist, wunderbar, dann bist du schon richtig fetten Schritt weiter. Bei den wenigsten Bots, die es da draußen aber gibt, ist das jedoch der Fall. Erfährt man bei euch im Mentoring auch die Ergebnisse der Recherche von den Altcoins mit Potenzial? Grundsätzlich ja natürlich. Die Recherchen sind auch so bei uns aufgebaut, dass man auch einen Einblick dazu bekommt. Viel wichtiger ist aber eigentlich nicht, dass du das Ergebnis kennst, sondern dass du den Weg dahin kennst. Das bedeutet, dass du für dich selbst weißt, welche Kriterien wichtig sind und welche Kriterien außer Acht gelassen werden können. Du brauchst feste Statistiken, die du prüfen kannst, um eine Bewertung erstmal herbeizuführen. Dadurch kann es durchaus vorkommen, dass wir auch Kunden haben, die schon ein Portfolio haben und sagen, hey, eigentlich fühle ich mich ganz gut aufgestellt, dann aber relativ schnell merken, oh, ich bin in einem Sektor extrem eingeengt und ich habe noch weitere Coins, die irgendwie überhaupt gar kein Use Case, kein Anwendungsgebiet mehr für mich haben. Das ist das Erste, was wir erstmal machen, darüber zu gucken und dann eben eine Portfolio-Strategie dann auch auszuarbeiten, um dann eben auch zu gucken, dass deine Interessen mit den Sektoren, in die du dann investiert bist, auch wirklich zusammenlaufen. Diversifizierst du dein Portfolio nach Sektoren? Super gute Anschlussfrage, denn sein Portfolio nach unterschiedlichen Sektoren auszurichten, die der Kryptomarkt einem bietet, ist ein absolut sinnvoller Angang. Das heißt, sollte man auf jeden Fall so tun. Auch ich schaue mir jeweils immer Sektoren an und suche gezielt nach Projekten, die in den jeweiligen Sparten aktiv sind. Das heißt, ich schaue mir entsprechend die Konkurrenz an und versuche auch Sektoren zu finden, bei denen kurzfristige Hypes möglich sind oder ein Hype-Potenzial da ist. Was genau meine ich damit? Also kannst du dir im Endeffekt so vorstellen, Chat-GPT, super Beispiel, was KI angeht, AI angeht. Als das Ganze veröffentlicht wurde, gab es einen regelrechten Bullrun auf diese ganze Sparte, auf diese ganze AI-Sparte und für kurze Zeit hast du hier die Möglichkeit gehabt, einer überdurchschnittlichen Rendite. Das ist jetzt nur ein Beispiel für einen kurzfristigen Hype in einem bestimmten Sektor. Es kommt aber auch immer wieder dazu, bestimmten Phasen, in denen bestimmte Bereiche überdurchschnittlich gut performen. Es ist also absolut lohnenswert, dass du bei der Auswahl unbedingt auch das beachtest. Sonst kann es nämlich durchaus passieren, dass du ein Portfolio hast, wo du nur einen Sektor bespielst und eigentlich die ganze Zeit darauf wartest, dass irgendjemand irgendeinen Tweet absetzt und dementsprechend, ja, die anderen Sachen, dann kann es einem vorkommen so, ey, alle anderen haben irgendwie richtig geiles Portfolio und eben ich auch nicht. Das liegt einfach daran, dass du dann nur in einem Sektor oder vielleicht in zwei Sektoren unterwegs bist. Das heißt, suche dir Sektoren aus, die du auch verstehst, die du kennst und ansonsten fällt es dir nämlich schwer, die Projekte miteinander zu vergleichen und eben auch das mögliche Potenzial abzuschätzen. Hier gilt aber ebenfalls, weniger ist mehr. Was du nicht machen möchtest, ist eigentlich wie mit einer Schrotflinte auf alles zu schießen und sagen, ich sammle jetzt alles ein. Wie lange beobachte ich Projekte, bevor ich in sie investiere? Kenne ich bereits den Sektor, in dem das Projekt aktiv ist? Wie lange ist das Projekt bereits am Markt handelbar? Wie lange ist vielleicht auch die Kurshistorie? Also habe ich auch eine Chart-Statistik, auf die ich zugreifen kann? Denn grundsätzlich macht es Sinn, nicht gleich mit FOMO in irgendein Projekt zu investieren. Nur wenn man jetzt vielleicht gerade in seiner Recherche zu dem Entschluss gekommen ist, ey, puh, das ist ein Projekt mit coolem Potenzial. Ich persönlich mache es meist davon abhängig, ob ich ein Gefühl für die Bewegung des Assets entwickelt habe. Das kommt früher oder später. Das heißt, das ist nichts, was du mal eben so lernen kannst. Ich habe aber bestimmte Strategien, die ich tatsächlich anwende und die wir auch so an unsere Kunden weiter vermitteln. Einer davon ist zum Beispiel, dass wenn ich ein cooles Investment finde, dass ich nicht mal auf den Chart schaue, sondern ich habe immer für je nachdem, was für eine Marktkapitalisierung in diesem Coin steckt, also wie viel Geld da gerade im Umlauf ist, dass ich entsprechend dann für mich dann sage, es gibt einen Maximalbetrag, den ich investiere. Und die ersten 10% investiere ich immer sofort. Das ist für das kleine Äffchen auf meiner Schulter, was mir dann sagt, hey, das ist ein richtig geiles Projekt, du musst das sofort jetzt rein, rein, rein. Das ist einfach nur dafür, weil danach habe ich einen klaren Gedanken und weiß dann, okay, ich habe schon eine kleine Position aufgebaut und langfristig kann ich mir das Ganze dann nochmal länger angucken und länger für mich studieren. Warum glaubst du, dass wir nochmal Lows sehen können? Also tiefere Kurse. Erstmal vorneweg, nichts fällt unendlich und nichts steigt unendlich. Dass es wieder zu Korrekturen und auch zu neuen Hochpunkten kommen wird, ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt befinden sich die Kurse vieler Kryptowährung an richtig wichtigen Widerständen, also an Wendepunkten zwischen Aufwärts- und Abwärtstrend. Die Region um 22.000 bei Bitcoin zum Beispiel kann aktuell als Support dienen und wird wahrscheinlich in kurzer Zeit immer mal wieder genügend Käufe anziehen, um da auch wieder abprallen zu können. Auf der anderen Seite befinden wir uns aber in einem rasanten Anstieg in der letzten Woche oder in den letzten Wochen im überkauften Territorium und auch einige Indikatoren signalisieren mittlerweile bärische Divergenzen. Also früher oder später wird es also nochmals zu einer Abkühlung kommen. Darauf sollte man auf alle Fälle gefasst sein. Was genau sagt mir TVL? Also TVL ist eine Kennzahl aus dem Defi-Bereich und wird überall dort verwendet, wo entsprechende Kryptowährungen hinterlegt werden. TVL heißt im Grunde nichts anderes wie Total Value Locked. Das heißt, meistens wird es auch in US-Dollar angegeben oder auch in Euro. Das bedeutet, wenn ein User auf einer dezentralen Börse auf einer DEX unterwegs ist, kannst du deine Token in einem Liquiditätspool hinterlegen, um zum Beispiel eine gewisse Rendite zu erzielen. Dann werden die eingezahlten, gelockten Token zum TVL hinzugerechnet und das ergibt dann eben das Total Value Locked. Fun Fact, alle Anwendungen, also beziehungsweise Protokolle, die zentralen Anwendungen auf der Ethereum-Blockchain haben aktuell ein TVL von rund 30 Milliarden US-Dollar in Form von hinterlegten Token. Nächste Frage. Siehst du eine langfristige Zukunft für KI-Projekte? Wie ich bereits bei der Frage vorher bezüglich der Diversifikation auch schon angesprochen habe, könnten KI-Projekte, AI-Projekte im Zuge des Erfolgs von ChatGPT an Aufmerksamkeit gewinnen. Ich glaube auch, Google hat gerade erst heute ihren eigenen AI-Bot gehostet. Also auch das spielt natürlich in diesem Sektor. Das heißt, AI ist definitiv eine interessante und schnell wachsende Technologie, die viele Anwendungsmöglichkeiten bietet. Und in Verbindung mit der Blockchain-Technologie könnten so leistungsstarke Produkte entwickelt werden. Doch nur, weil es in der Theorie super klingt, wird es nicht gleich in den nächsten Wochen die neue super App geben, mit der du irgendwas über Massenadaption erreichen kannst, über irgendwelche KI-Werte. Das wird erstmal nicht passieren. Vielmehr wird der Bereich noch einiges an Zeit und auch Entwicklung benötigen, um Kinderkrankheiten zu beseitigen und funktionierende Produkte hervorzuheben. Dennoch kann dieser recht junge Bereich kurzfristig an Fahrt aufnehmen. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall cool, sich auch in diesem Bereich zu positionieren. Ich habe das Ganze schon vor einem Jahr gemacht. Nächste Frage, ist es realistisch, dass Bitcoin und Ethereum bis 2030 ein 10x machen können? Also eine Verzehnfachung. An dieser Stelle realistisch wahrscheinlich schon, aber schauen wir uns dazu erstmal noch ein paar Fakten an. Also, erstmal wird es 21 Millionen Bitcoin geben. Das wird der eine oder andere hier schon wissen. Von denen aber bislang rund 19% bereits durch fehlerhafte Adressen, Diebstahl und so weiter verloren gegangen sind. Das heißt, diese müsste man aktuell, stand jetzt, aus dem aktuellen Angebot bereits nochmal herausrechnen. Demgegenüber stehen aktuell rund 8 Milliarden Menschen und eine kontinuierlich steigende Akzeptanz von Bitcoin. Das heißt, was wir hier eigentlich gerade spielen, ist das Spiel 21 Millionen beziehungsweise weniger als das gegen 8 Milliarden. Das ist simple Mathematik in meinem Kopf. Das heißt, das größere Risiko generell für mich steht darin, nicht in Bitcoin investiert zu sein, als in Bitcoin investiert zu sein. Das erstmal vorneweg. Auch die Chancen bei Ethereum stehen nicht schlecht bis 2030 eine Rendite von 10x zu erwirtschaften. Denn durch einige oder die letzten Veränderungen im Protokoll bei den Updates von Ethereum wird das Angebotsverhalten zunehmend beeinflusst. Das bedeutet, Ethereum wird deflationär. Beziehungsweise ist es schon. Die Chancen stehen also gut, dass sich Ethereum Supply in Zukunft verringert, also weniger Ethereum neu auf den Markt kommt, als dass Ethereum durch verschiedene Mechanismen wieder vom Markt entfernt wird. Was bei der Zeitspanne bis 2030 aber definitiv Beachtung finden sollte, sind mögliche Regulatorien, also das heißt Regularien, die potenzielle Kurseinstiege ausbremsen könnten. Achso, übrigens, auch das haben wir ausgerechnet, ein 10x bei Bitcoin und Ethereum würde zu einer Marktkapitalisierung von 4,51 Billionen bei Bitcoin und 1,96 Billionen US-Dollar bei Ethereum führen. Ganz kurz zum Vergleich, Gold hat aktuell die Marktkapitalisierung von 12 Billionen US-Dollar. Wenn du jetzt am Anfang stehst und Interesse hast, dich zum Thema Krypto, Blockchain oder auch Trading weiterzubilden, dann findest du unten in dem Beschreibungstext einen Link zu unserer Homepage. Dort findest du weitere Infos zu uns, wie wir mit unseren Kunden arbeiten und ob wir vielleicht auch dir weiterhelfen können. Trag dich dort gerne für ein kostenfreies Erstgespräch ein und wir beide finden gemeinsam heraus, ob und wie wir dir langfristig weiterhelfen können.